Echt, ne? Immer noch nicht? Ne, aber ein neues Gebiet oben. Bist du ready? Ich bin. Also. Mama mia. Ich bin fit. So. Ich hab so viel Holy Energy drin, ich kann wahrscheinlich drei Tage nicht schlafen. So. Oh, friendly fire. Ja, ich weiß. Los, komm, mein Inziger, Bruder. Äh, ja. Ich übernehme das. Gerne. Scheiße, muss ich angenommen, ey. Aber wo ist der? 316 Meter. Mann, wir haben doch noch kein Auto, Mann. Wo willst du hin? Ähm, auf der... Auf der Dings. Laufschlampe. Neuer Versuch. Hi, Marie. Marie? Hat Marie dir etwa nicht geantwortet? Jossa? Hm. Muss ich sie etwa tadeln? Hallo. Ach so, dein Chat ging nicht. Oh, voll durch. Okay. Oh, da hinten ist Smoke. Irgendwas auf der Straße. Gott, ist das weit weg. Ja, Mann. Hast du Unfälle schon gemacht? Nee, ne? Doch. Aber das ist auch irgendwie zwei Jahre her oder so. Konntest du im Chat nicht schreiben? Das ist ja ätzend. Oh, ich muss nochmal zum Kiosk. Ja. Bringen wir mal, äh, ein Korn und einen halben mit, ne? Juhu. Mach ich dir einen reinorgeln hier. Knuffig, wie der Typ läuft. Ja? Gebe ich euch recht? Das, ähm... Das ist der schwere Gürtel. Der zwängt seinen Penis ein. Und deswegen... Digga. Läuft er so. Digga, was ist denn da los, Mann? So 8.000 Autos aneinander. Da liegt sogar jemand. Ja. Wir müssen uns jetzt aufteilen, wer mit wem spricht, ne? Oh, shit. Ich nehm... Ich nehm die Weiber. Die, Alter. Ich bin jetzt am Unfallort und kümmere mich davon. Alter, was ist denn hier passiert, Junge? Die ist ja richtig... Bambule. So. Ähm. Ansprechen. Erdungswagen rufen. Laufen lassen. Verstoß. Unfallzeugen befragen. Was genau haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Äh, nein! Oh, was? Das ist so ein Scheiß, Alter. Verstanden. Ich rufe den Krankenwagen zurück zum Krankenhaus. Okay. Wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Krankenwagen bitte abziehen. Er wird nicht mehr benötigt. Lässt du gerade jemanden pusten? Ja. Verstanden. Ich rufe den Krankenwagen zurück zum Krankenhaus. Ja. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogen ein Kräuter gefahren sind. An meinem Penis lasse ich ihn pusten. Wegen Alkoholtest. Äh. Oh. THC und Amphetamine. Oder ist... Ne, Minus? Oh, scheiße. Wie war denn das noch? Ist das jetzt ein positives TESEC? Ich glaube nicht, ne? Ich kann die... Ne, das ist ein negatives. Ich glaube, da bin ich früher auch das erste Mal drauf reingefallen. So. Führerschein. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Der Typ hier ist Organsprender. Bitte sehr oft. Und den können wir noch gutes Geld verdienen, glaube ich. Okay. Ähm. So, wir haben... Führerschein. Santos, Brighton. Ja, das ist er. Er ist auch noch okay. 0,0. Diese Person meidet den Augenkontakt. Okay. Dann. Die hat sie... Erlauben Sie mir, sie nach illegalen Gegenständen abzutasten. Nee, die... Die hat nur mit Schlechtes gegessen. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren. Aber wir müssen auch noch Fotos machen. Ich weiß gar nicht, wie das noch ging. Oha, ja doch. Ich mach das gleich. Würfel, Servierten, feuchte Trauben, Samthandschuhe. Okay. Ja, natürlich. No, das ist richtig so. Wie war das noch hier? Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung bitte. Genau, ich hab die Versicherung nicht gesehen, ne? Bitte schön. Ja, hab ich auch nicht gerade. Ich glaub nur den Führerschein kriegt man da irgendwie. Ja, aber eigentlich müsste man auch die Versicherung... Springmesser, Streichholz, Marihuana, feuchte Trauben. Weil er die Versicherung nicht dabei hat, noch bestrafen? Sie sind festgenommen, dass Sie ein Springmesse mitführen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Wirkern. Treibende Autos, defekte Motor, defekt. Abgelaufenes Kennzeichen. Ich weiß ja nicht mal, welches Auto seins ist. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Rote Ampel, kein Blinker gesetzt. Ein Rennungswagen hier. Kein Versicherungsschutz. Sie bekommen einen Strafzettel wegen, fahrens ohne Versicherungsschutz. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Verpiss dich, Mann. Siehst du, dass hier eine Unfallstelle ist, Mann? Geh zu. So, Unfallbericht hier eben. Ihr Unfallbericht. Das nennen Sie ein Bericht? Wen hast du denn jetzt schon alles? Ich bin hier ganz vorne. Ich habe einen Rettungswagen gerufen. Einen lasse ich festlegen gerade. Hast du den in der grauen Jacke hier schon? Nee, 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 nee. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Jetzt sehen wir alle dasselbe. Rettungswagen gerufen. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, dass wir uns trocken haben. Rettungswagen gerufen will ich verletzen. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Der Schock ist größer als der Schmerz. Wer sehr hier? Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen das näher anschauen. Josy, du musst kommen. Wir brauchen einen Rettungswagen. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ach, den hast du schon gemacht hier, den Typen? Den vorderen, ja. Die eine muss rumpeln zum Rettungswagen. Die wird nicht getragen. Nur die ersten zwölf Rippen gebrochen, aber zu Fuß können sie noch laufen, ja. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Oh. Hendrück. Verstanden. Abschleppwagen wird abgezogen. Okay, gut. Oh. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen. Er hat menschliche Zähne dabei? Und Marihuana 14 Gramm. Ich weiß nicht, darf er die? Nein. Okay, was haben wir denn hier? Können Sie mich hören? Es tut weh. Ich verhoffte Sie wegen des Besitzes eine übermäßige Menge Kraft. 14 Gramm sind anscheinend noch, darf ich für, habe ich jetzt... 14 Gramm? 14 Gramm habe ich gerade Minuspunkte für gekriegt. Okay. Krass. Du kannst die Autos auch durchsuchen, ne? Ich nehme eine Handschelle. Danke. Ach, Autos durchsuchen, das habe ich noch gar nicht, ja. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Ich bin mir sicher, dass ich geblinkt habe, Officer. Führerschein und Versicherungsgarte, bitte. Ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugen... Ja, natürlich, Officer. Okay, Officer. Bitteschön. So. Das passt noch. Ah, guck mal, der hat wenigstens einen Versicherungsschein. Versicherungsschein Ingo Guo. Wenn. Heißt der auch so? Ingo Guo, ja. Kennzeichen 8CBU88. Das muss ich mir mal angucken. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Wie gerne das Auto? Ich kann Ihnen das Auto untersuchen. 0,0. Scheiße, jetzt fährt der weg. Okay, ich habe etwas falsch gemacht. Naja, gut. So, was ist mit Kamera? Da. Wieso nicht? Was willst du? Alter, hier, das ist aber auch richtig gebumst. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Fahren Sie vorsichtig. So, warte mal. Die hast du schon? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ja, und ich erhalte mich ziemlich mit dir noch. Ganz durcheinander. Ich bring mich an. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Ich eine Probe nehme auf zu sehen. So. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen auf zu sehen. Ich würde das gerne... Wie kann ich das Auto durchsuchen? Mit F. Ich kann nur interagieren. Okay, Ding kann ich abschleppen. Ach so, das war doof. Ja, das ist ein bisschen doof. Ich habe, äh... Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Aber wir haben noch nicht alles. Ich schenke gerade nochmal hier die Alte ab. Hier ist Ihr Unfall berechtigt. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Die hat Schokolade dabei. Verhaften! Verhaften! Oh, 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 oh. Er liegt genauso voll geil, ey. Voll normal. Kennst du den Film noch? Voll normal? Ja. Ich habe gesehen, der war lose gewesen. Autoschlüssel, Salatgurke. Aha. Nimm die Schokolade her. Salatgurke im Auto. Moin, Mr. Dangerseeker. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Also wir haben nicht alles. Irgendwas haben wir verpasst. Aber ich glaube, vom Ding her. Warum? Warum geht es hier nicht weiter? Was ist mit der Rennungswagen? Die kommt noch los. Ah, der steht im Weg hier. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei ihm sein. Achso, wir müssen zuerst den hier abschleppen lassen und dann die anderen beiden. Ja, wir müssen noch einen Bericht schreiben. Wie geht denn das? Hä? Bericht? Nee, du kannst mit den Leuten selber den so einen Bericht aushändigen. Achso. Ja, das habe ich bei einer Person nicht gemacht. Stimmt. So. Wo ist der Abschlepper? Da ganz hinten. Warte mal. Der steht da ganz hinten. Warum kommt der nicht in unsere Richtung? Was soll das? Ah. Keine Ahnung. So Fotos müsste ich alle gemacht haben. Warte, hast du eins von mir gemacht? Oh, nee, hier noch nicht. Wo bist du? Wo bist du? Zack. Oh. Machen wir eins von mir mit dem Auto. Mit dem Unfall. Warte. Bonus. Wir haben alles gemacht. Wir haben alles gemacht. High five, Junge. Jo. Geht das? Ja, dann lass mal verpissen. Lass mal Hose runter. Lass mal Hose runter. Warte, ich zeig Arsch. Ups. Komm, lass mal jetzt abrummen, bevor wir noch die Teile absammeln müssen oder so. Ja, ja, ja. Ja, das los. Der. Im Friends ist gleich Happy Hour. Wollen wir hin? Gibt es ja Cocktails für einen halben Preis. Wir hätten erst abschleppen müssen und so und dann am Ende die ganzen Autos stehen. Wir müssen immer, also für den nächsten Unfall müssen wir warten, bis die Autos wieder wegfahren. Also, ich glaub, oh, was ist denn mit ihr? Die freest. Die ist voll freest. Siehst du das auch hier? Nö. Bei mir steht eine, die, die, also im Schritt, also, na, als würde sie gerade einen Schritt gehen und eingefroren. Und die auch. Ne, die geht jetzt. Okay, also beim nächsten Mal erst mal alle Zeugen befragen. Autos durchsuchen. Alle Zeugen beseitigen. Oder beseitigen, von mir aus auch. Dann einen Abschlepper rufen. Wenn das eine Auto weg ist, dann nächsten Abschlepper. Damit Platz für einen Krankenwagen ist. Würde ich sagen. Müssen wir mal probieren. Weil das hat sich ja irgendwie alles aufgehangen da. Person hat gerade Abfall weggeworfen. Wo? Boah, Digga. Wo ist sie? Da hinten. Da drüben. Ja, ja. Auf dem Handy glotzen und Abfall wegwerfen. Dafür kriegst du da eine geklatscht. Aber direkt eine Klappe. Da darf ich hier einen Ausweis sehen. Hier, bitte. Hey, hey, hey. Da hinten auch. Na, warte. Mhm. Ich rieche Alkohol. Ähm. Das gibt dann einen Strafzettel für das Werkwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. So viel Geld hab ich nicht. Wir können ums Eck gehen. Biete ich dir an. Ähm. Lassen Sie mich Sie bitte nach illegalen Gegenständen abtasten. Ich fang schon mal mit dem Vorspiel an. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Hm. Hm, eingekackt. Ich hab's gerochen. Ich hab's gerochen. Ich hab's nach Kacke. Ich hab's auch gerochen. Feuerzeug. Ein Fidget Spinner hat sie dabei. Und ein Stöckelschuh. Oha. Ihre Schicht ist um, Officer. Okay, Babe. Wenn du deinen Strafzettel loswerden möchtest, ich hab jetzt Feierabend. Ja. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Ich glaub, sie ist ein Reptil oder so, ne? Sie ist die beleidigt. Mal, was hast du gemacht schon wieder? Hast du dich schon wieder Dickpics gezeigt oder was? Sie interessiert sich nur für ihr Handy. Das ist bestimmt so eine dämliche Influencerin. Ich spüre. Los, ab nach Hause. Okay. Wir haben Feierabend. Ab fort. Feierabend, wie das duftig, kräftig, däftig, wützig, fein. Lalalala. Komm hier durch, ja. Hey. Das sieht aus wie bei dir zu Hause hier. Geil. Ja, ne? Hier vor allen Dingen die Pisse und so. Ja. So, vor der nächsten Schicht muss ich auch einmal kurz, ähm, Lulu machen. Wo wir schon mal ein Thema sind. Ja. Genau. Hi. Halt die Fresse, ich hab Feierabend. Nicht ansprechen. Oder hier wie? Kennst du den Film noch hier? Bad Santa? Bad Santa. Er, Armin, Halko. Halt die Fresse, ich hab' Minterspause. Ja, die wollte ich, die wollte ich letztes Weihnachten sehen. Ich hab' den nirgends gefunden zum Stream irgendwie. Nee, er kommt auf Amazon glaub' ich auch nicht. Hier wollte ich meinen Sohn unbedingt nochmal zeigen. Das ist so aus meiner Kindheit noch Hulk Hogan. Thunder in Paradise, wollte ich mir auch ne Staffel besorgen. Thunder in Paradise ist auch so cringe. Kennst du das noch? Ja, man. Aber das ist so oldschool, dass das wieder geil ist. Hä? Wo ist denn mein Schreibtisch? Ja. Ah, ich sitze auf deinem. Ey, vergess, welcher meiner Schreibtische ist, wegen dem Korn. Lügenfretze, Halt die Fretze. Stadtteil-EP. Oh, Melting Pot. Level 3 sind wir. Oder ich im Fall. Lügenfretze, Halt die Fretze, Halt die Fretze.